Hallo allseits, wo immer ihr auch seid. Heute am Tag nach meinem Geburtstag und einen Tag vor Heiligabend bin ich mal wieder am Dongtan Beach in der Casa Mica. Das habe ich euch ja vor vier Wochen etwa vorgestellt. Dieses neue Café hier, was hier entstanden ist. Und ich dachte mir, heute gehst du hier mal Kaffee trinken. Und ich war sichtlich überrascht. Deshalb habe ich mich spontan entschlossen, dieses Update-Video zu machen. Hier erst mal noch die Baustelle des Design-Hotels. Aber die stört überhaupt nicht, wenn man hier im Garten der Casa Mica sitzt und seinen Kaffee dann trinkt. Und hier heute voll. Ich bin ein alter Ossi. Und in DDR-Zeiten würde ich sagen, jetzt vielleicht ist da irgendwo ein Bus von Jugendtourist angekommen. Hallo. Hier werden Selfies gemacht, Fotos gemacht. Da hinten auch schön mit Winken. Woher bist du von? Where are you from? Thailand. Thailand. All Thailand? Oh, ja, Thailand. Oh, good. Ja, also Thailand. Ich dachte irgendwie Korea oder so. I was thinking Korea. Oh, like that. Und, ja, ich gehe mal hier durch. Und auch drinnen habe ich gar keinen Platz gefunden, weil hier auch alles voll ist. Man sieht, auf dem Fotos machen, beschäftigen alle hier. Stuff, nett und freundlich. Lecker Kuchen hier. Und ich gehe mal raus. Das muss auch gezeigt werden. Es ist ja heutzutage, Fotos machen Spots. Hier wird gelächelt und gesmiled und getan. Ja, hier auch. Casa Myka. Super Motiv. Du, du. So. Alles nett, schön. Man kann bis da ganz oben dann wahrscheinlich später mal auf die Terrasse noch gehen. Alle gut beschäftigt hier mit ihren Handys. Gut, dass es sowas heutzutage gibt. Noch mal wieder zurück zu vorhin. Alte Ossi. So was hatten wir damals natürlich noch nicht, die Handys. Und es ging auch. Ich habe es überlebt. Wie man ja weiß inzwischen. So, und hier, ja, 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 hier wird man förmlich überrannt. Muss ich einen Weg bahnen zwischen all diesen netten, jungen Leuten. Und du bist auch aus Thailand? Ja. Oh, von wo? Bangkok? Shamburi. Shamburi. Und komm hier mit einer Gruppe, ja? All in einer Gruppe. Komm, komm, um Fotos zu nehmen. Ja. Okay. Ja. Fällt mir gar nicht an. Aber das ist Quatsch. Lustig ist, dass die Gäuinen erleben wollte ich gerade singen, aber das ist Blödsinn. Vergessen wir wieder mal. Und ich werde jetzt meinen Kaffee, den ich zu Beginn ja schon aufgenommen habe, jetzt genießen. Durch den kleinen Rundgang ist er nun wahrscheinlich auch trinkbar. Also dann, andererseits einen schönen Tag. Ja, heute ist auch Samstag, ein schönes Wochenende. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tage so richtig sind. Und dann morgen, schöne Weihnachten. Und um 10 Uhr morgen früh gibt es das bereits angekündigte Video aus der Serie Tell Your Story. Also bis dann. Bye, bye.